Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Netzwerk hier zu Lego DC-Wiles und ich bin der Fuchs für euch und schön dass du da bist. Ja, wie schon im letzten Netzwerk angekündigt. Nein, wir kämpfen hier Monster-Man. Nichts... Mann. Was ist das? Was ist das? Oh, ich will not off-popper, das ist. Das ist ein sehr großes Gebiss. Das ist ein sehr großes Gebiss. Das ist ein sehr großes Gebiss. Halt! Ich kann das nicht benutzen. Der Witz geht wohl auf meine Kosten. Ah, etwas, was mein Interesse entfacht. Ich kümmere mich drum. Ich bin auf meine Kosten. Schnell, 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 schnell! Ah, gerade so. Oh. Fuck, das war. Hey! Ja. Ja, das ist auch so ein Closer. Oh nein! Ich habe diesen Zeitraum in den Kinkerlitzchen satt. Schnapp sie dir! Warten wir das etwa? Nimm das, du rüberbroter Tod! Hey, das sollte mein Schraub sein! Geh zu dem Schlafen in deinem Freund! Los jetzt! Wer kommt da gerade? Das Ding lässt sich nach! Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten! Sie sind wehrlos! Erledigt sie, meine wunderbaren Kreaturen! Macht mich stolz! Oh Mann! Der Spaß ist wohl doch nicht vorbei! Hey! Boah! Das ist gut! oh So, was ist unsere nächste Aufgabe? So, was ist unsere Aufgabe? So, was ist unsere Aufgabe? So, was ist unsere Aufgabe? Gleichzeitig. Ich warte mal. Ist das sicher? Aber das Problem ist... Kommt da nicht durch. Ja, kann das. Ja, ist das... Ha! Jetzt seid ihr da! Ha! Dann schnappt ihr uns, Juga! Nein! Ihr könnt dich nicht beziehen, meinen mächtigen Monstermann! Gut gemacht, Fünkchen. Jetzt müssen wir nur noch hier rausfinden. Ganz ruhig. Irgendwas ergibt sich schon. Ich wusste, dass das passiert. Wirklich? Armer Robert. Vielleicht wäre mit einem Gummischuh. Merci für kleine Wunder. Was wird das? Eine Party? Kommst du mit, Kleiner! Mr. James! Du glaubst du entkommst uns, Clown? Das ist dann wohl ein Ja. Na, vergiss sie. Wir haben dringend den Rest zu erledigen. Ja, saubere Sache. Also... Immer noch ein wirklich richtig cooles Spiel. Und ja, da kommen wir auch schon zum Ende zu diesem Let's Play. Ich bedanke mich recht, dass du wieder da warst. Und der letzte Gefallen hat dann... Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, euch. Ciao!